Hallo, mein Name ist Jill. Ich bin 27 Jahre alt, seit sechs Jahren bei der Deutschen Post in Wingen. Ich bin durch eine Freundin zur Post gekommen, die mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, mal etwas Neues und was anderes auszuprobieren. Morgens ist Dienstbeginn bei uns um zehn vor sieben. Dann sortieren wir unsere Post in die Spinde. Dann muss man halt die Pakete sortieren und dann fährt man halt auf Zustellung. Es macht Spaß, neue Kunden kennenzulernen. Sobald ich auf der Zustellung bin, bin ich eigentlich mein eigener Herr. Es ist schön, draußen zu arbeiten bei Wind und Wetter, weil, wie sagt man so schön, es gibt eine schlechte Klamotten. Ja, das Schwierigste ist in dem Moment eigentlich die Pakete. Es ist halt immer eine Herausforderung, wenn Leute zum Beispiel Katzenfutter, Hundefutter oder das alles bestellen. Wenn genau du ein Verbundzusteller von uns werden möchtest, dann bewerbe dich gerne unter www.werdeeinervonuns.de www.werdeeinervon.de www.werdeeinervon.de www.werdeinervon.de 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 www.werdeinervon.de